Susu Padotzke ist eine deutsche Schauspielerin, Leben und Karriere. Padotzke spielte bereits als Kind Geige, Bratsche und Klavier. Nach ihrem Abitur 1996 studierte sie zunächst klassischen Gesang an der Staatlichen Hochschule für Musik in Freiburg. Sie interpretierte verschiedene musikalische Stilrichtungen wie Jazz, Funk und Soul. Nach der Schauspielausbildung, die sie 2007 mit einem Diplom abschloss, sah man sie unter anderem in der Dock und die Hexe und Forsthaus Falkenau. Padotzke lebt derzeit in München. Sie spricht neben ihrer Muttersprache auch Englisch und Französisch. Filmografie 2001 Rede Fint 2005 Wünsch dir was 2006 THX 1139 2007 Vorling 2007 Stadtrand 2008 Verbotene Liebe 2009 Soko 5113 2009 Forsthaus Falkenau 2010 zu 2011 Der Dock und die Hexe 2011 Schmidt und Schmidt Wir ermitteln in jedem Fall, seit 2015, Sturm der Liebe. Först conocierge. g